ähhhhhh Ehrlich jetzt? Das hat nicht gereicht? Das hat doch gereicht! Okay, das hat aber lange 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 gedauert Da kommt dann noch ein neues So, mit einem Neustart geht's hier in eine neue Runde hinein Das hat uns natürlich gefallen, deswegen beginnen wir das mal Ich gebe mal kurz hier meinen wunderschönen Jahreskalender für morgen noch GTA Da kommt nämlich der siebte Part von GTA Online Ich hab nicht viele Parts, kann aber Passieren das in nächster Zeit Viele kommen Wer weiß, wer weiß, wer weiß Wir nehmen uns den Wagen mit So Aber das ist auch eine Möglichkeit Jetzt Woha? 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 Woha, Voll Intelligenz! Ich drehe, ich drehe mit um. Äh... Ehrlich jetzt? Das hat nicht gereicht? Das hat doch gereicht. Okay, das hat aber lange, lange, lange gedauert. Da kommen wir. Okay, bleib in der Kaffee, weil... ... du wirst es leichter sterben. Ich lebe den Pinter bei Maul. Ich habe keine Lust darauf. Ja, es könnte man gleich, gehe ich ihm gebrauchen. Es ist ein Tod, ne, hinten ist da mal ein... So, ich fahre mit meinem Auto weg. Wie ist es hin? Äh... Ich wollte nicht aussteigen. Jetzt kommt doch! Ich stehe den Drehver. If you want this truck to make it safe, I am the driver. Get in. Bro, get in. Dude, get in here. Get in the Pima, god damn. Ja, alter. so ist jetzt nicht geredet das ist vielleicht nicht ganz so schön aber ich weiß nicht hier was alles passieren mag wo kommt das war jungen fahrer ist der pause ja will nicht brauchen so jetzt gehen wir ein bisschen reden das selber noch die mission verletzten mal die matthew übergaben wieso so dass das klima wohin das ist ja alles kein problem hier das ding brennt so ganz einfach warum bist du dich gefahren jungen wo bist du nicht gefahren das ist doch man fährt er nicht warum ist er nicht gefahren das ist doch hier einmal mit vernünftigen leuten aber sonst kriegen wir wohl nie was hin ach nee ich glaube jetzt übernehme ich hier das steuer von lkw ich rassen einfach durch das scheißegal ich rede jetzt dorthin ich lasse mein wagen hier stehen das ist logisch vor mir geht ja diese gda logik richtig geil kann ja echt die drauf so versuchen wir es mal wieder so hat wieder geklappt gg aber es ist doch hier novoscop everybody ja nie novoscop ist ganz anders ganz anders metz hier jo noch lang dicho noch 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 jetzt bin ich bei der fahrer ja gut dann weißt du junge aber bringe mich dieses mal nicht um wenn mich dieses mal umbringt dann gehe ich aus dem game raus und da hasse ich mich ab sofort weil mich sagt das warum ist auch in die pause gegangen das ist doch es hat mich irgendwie richtig aufgeregt und innerlich also ich habe jetzt die losgeschrieben ist das gibt es ja auch die parts sie battlefield da bin ich ja nur ausgerastet kurz mal nach hoppala wort der herr also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet ich kenne die mission nicht ich weiß auch so wie ob ich hier genug geld krieg um die so jetzt mal mittel voraus posten welchen wir doch auch dem wagen zu nehmen ach der hat kind hätten wir die kisten drauf denn es geht ja nicht los zwei jungen ihr seid fahren die idioten und dann würde sie sich wollen wir erst sterben das ist wir sollen sie aber erst mal gekommen so und lass mal zum übergaben ort